Na, da gibt es einiges zu besprechen mit Thomas Jäger, Professor, Politikwissenschaftler an der Kölner Universität. Herzlich willkommen. Grüße Sie, Herr Bade. Der Zeitplan, der wirkt ja fast ein bisschen so, als wollte man sich gerne nur kurz sehen. Merkel war in Boston, Pompeo hatte letztens abgesagt, kam heute, erst Gespräch Mars, dann Merkel. So wahnsinnig, auch wenn von fünf Stunden die Rede war, aber es war ja der Gesamtbesuch, wahnsinnig viel Zeit war dann nicht. Das waren relativ kurze Gespräche, muss man sagen, und sie sind relativ spät erfolgt. Da ist ja nun schon über ein Jahr im Amt und ist immer sozusagen diplomatisch über Deutschland hinweg geflogen. Von Warschau nach London ging das. Und das war schon offensichtlich. Deutschland ist schlicht von der amerikanischen Diplomatie ignoriert worden. Ja, das sind deutliche Worte. Er hat aber auch mit deutlichen Worten zum Beispiel wieder Militärhilfe eingefordert. Ich habe es eben vorhin am Beispiel Syriens erwähnt, im Beitrag eben wurde der Iran erwähnt. Wie viel kann und wie viel muss Deutschland da mitmachen? Nur, Pompeo verfolgt die Agenda seines Präsidenten. Anders als sein Vorgänger, der ja noch gesagt hat, der Präsident ist dumm und ich bin derjenige, der achtgeben muss, dass die amerikanische Außenpolitik keinen Unsinn macht. Ist Pompeo nun wirklich derjenige, der mit Trump inhaltlich übereinstimmt, der seine Agenda nach außen sagt und der jetzt das Programm in Berlin nochmal deutlich vertreten hat? Und da geht es darum, etwa den Iran politisch zu isolieren, den Druck auf den Iran zu erhöhen, um ihn dazu zu bewegen, eben noch mehr Zugeständnisse zu machen. Die Bundesregierung hatte sich vorgenommen, das zu konterkarieren. Sie wollte die amerikanische Politik des Drucks gegenüber dem Iran unterlaufen. Und heute musste der Bundesaußenminister mit einem kleinen technischen Detail sozusagen zugeben, dass daraus einfach nichts wird. Sondern es wird diese Politik in den nächsten Wochen und Monaten umgesetzt. Und dann werden wir auch sehen, was in Syrien geschieht. Das ist ja immer noch Kriegsgebiet, wo es eine Reihe unterschiedlicher Interessen gibt. Und wo die Europäer sich, glaube ich, noch überhaupt nicht mit dem Gedanken vertraut gemacht haben, dass sie dann nachher engagiert sein können. Man hat ja gedacht, naja gut, jetzt ist das entschieden. Russland hat dazu beigetragen, dass Assad das wieder übernehmen wird. Aber die Amerikaner haben spezifische Interessen im Norden von Syrien. Sie haben dort ihre Verbündeten. Und das führt die Europäer mitten hinein in den Konflikt zwischen den USA und der Türkei. Und die berühmte Zwei-Prozent-Frage, die gibt es auch immer noch? Auch die steht immer noch auf dem Programm. Es ist zwar der Verteidigungshaushalt in Deutschland jetzt erhöht worden. Aber die Prognosen sind, dass er wieder sinkt. Die Amerikaner werden hier beinhart dabei bleiben, dass das ausgebaut werden muss. Soweit das Militärische. Wenn wir zur Wirtschaft gehen, da haben die USA ja eigentlich zu fast jedem Land dieser Erde eine Art kritischen Dialog. Wie steht es denn gerade jetzt, heute an diesem Freitag? Ja, man hat ja nach der Wahl von Donald Trump vermutet, er schaut sich die China aus. Und wird dann versuchen, die asiatischen Verbündeten und die europäischen Verbündeten auf eine Linie gegen China zu bringen. Und er hat gedacht, na, ich schaffe mir erstmal alle zum Feind. Und hat Handelskonflikte von Südkorea bis zur EU begonnen. Und da geht es jetzt dabei darum, die sozusagen zu nutzen, um wirklich China in seinem technologischen Drang zur Führerschaft einzuschränken. Da spielt 5G eine große Rolle. Das ist heute auch angesprochen worden. Und da hat Pompeo deutlich gesagt, er habe die Risiken verdeutlicht, die ein Engagement des chinesischen Unternehmens Huawei hier mit sich bringt. Ich glaube, da hat er sehr deutlich gesagt, dass die Kooperation Beschränkungen erfahren wird, wenn die Deutschen da nicht auf amerikanische Linie gehen. Mexiko ist auch gerade ganz aktuell im Gespräch. Trump will da gegen Mexiko vorgehen und Zölle erheben. Da ist ein großer Unterschied in der Migrationspolitik, die eben die USA immer restriktiver führen. Und Trump jetzt nochmal eine Schippe drauflegt, wenn man so will, um zu versuchen, an der Südgrenze der Vereinigten Staaten eine gewisse Entspannung hinzubekommen. Aus seiner Sicht muss man das so sagen. Und will jetzt die Mexikaner dazu zwingen, eben an ihrer Südgrenze selbst dafür zu sorgen, dass die Rückführungen zunehmen. Die sind in den letzten Monaten schon gestiegen. Also der amerikanische Druck hat schon dafür gesorgt. Und jetzt erhebt er Zölle, das erinnert mich ein wenig an den anderen Weg, den die Europäer gegangen sind mit dem EU-Türkei-Abkommen, wo man eben dafür gesorgt hat, dass hier die Grenze geschlossen wird. Das war teurer. Und es ist ein ganz anderes Prozedere gewesen, dass man da verabredet hat, dass man nämlich auch wirklich Geflüchtete übernimmt. Die Vereinigten Staaten wollen unter Trump hier schlicht die Grenze schließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017